Unmittelbar außerhalb der Nürnberger Burgmauer beginnt St. Johannes. Es zählt zu den schönsten Vierteln der Stadt. Die Häuser hier sind ungewöhnlich vielfältig. Sanierte Altbauten wechseln sich ab mit moderner Architektur. Bekannt in St. Johannes ist vor allem die namensgebende Kirche und der Johannesfriedhof. Hier sind die Grabstätten prominenter Menschen wie Albrecht Dürer zu finden. Das grüne Juwel des Stadtteils ist der Hisberidengarten, eine restaurierte Gartenanlage, typisch für das 17. und 18. Jahrhundert. Wer nach der historischen Entdeckungsreise einkehren möchte, hat in St. Johannes vielfältige Möglichkeiten dazu. Die Verkehrsanbindung von St. Johannes ist exzellent. In wenigen Minuten erreicht man das Zentrum. Auch die Nahversorgung ist immer gewährleistet. Schulen und Kindergärten sind vor Ort. Ebenfalls in St. Johannes befindet sich der Standort Nord des Nürnberger Klinikums. Es ist eines von Europas größten kommunalen Krankenhäusern. Wer in seiner Freizeit aktiv ist, bekommt an der nahen Pegnitz genug Möglichkeiten zum Spazierengehen, Radeln und Joggen. Nürnberg St. Johannes – Vielfalt am Pegnitzgrund.